ja moin und herzlich willkommen bei kaubash tv ich bin's euer gü und ich mache gerade so eine kleine beobachtungstour und check mal ein paar gewässer ab denn ich möchte eigentlich jetzt nämlich so meinen ersten vier ansatz starten aber ihr sehen könnt bei sie ich habe gerade mal eine kurze probe gemacht das ist gute fünf zentimeter dick ich hoffe dass das wetter jetzt so ein bisschen wärmer wird dass ich dann vielleicht nächste woche schon starten mal gucken und herzlich willkommen zu einer neuen folgen kaubash tv mein name ist und heute ist ein ganz besonderer tag denn ich gehe das erste mal in diesem jahr auf friedfische angeln ich habe mir online ein bisschen was geholt und zwar eine neue fiederroute und zwei neue rollen jetzt habe ich zwei fiederrouten die ich benutzen kann und die eine alte rolle von der alten fiederroute kann ich endlich ersetzen weil die hat nämlich eine macke und ich habe richtig bock das ganze auszuprobieren ja wie ihr schon jetzt mitbekommen habt wir gehen auf jeden fall fiedern zielfische sollen heute sein rotaugen vor allen dingen rotaugen so 25 plus das wäre schon richtig cool wenn es richtig gut läuft gibt es dann auch eine schöne brasse oben drauf und ansonsten freue ich mich über jede neue art die ich jetzt fangen kann heute da ist zum beispiel noch die güster die ich vielleicht fangen könnte vielleicht auch ein barsch oder ein kaul barsch wenn ich ein bisschen mit böhmchen angele mal gucken also bislang habe ich ja zwei arten schon gefangen dieses jahr das einmal der schöne hecht gewesen von 85 zentimeter falls ich den noch nicht im video gezeigt habe blende ich den hier gleich mal kurz ein und ich habe natürlich den schönen dorsch gefangen vom allerersten video so das erste was wir jetzt machen ich möchte mein futter immer zu hause schon an damit ich halt am wasser dann nicht so viel müll produziere oder beziehungsweise gar keinen müll erst mit ans wasser nehme was ich dann vielleicht verlieren könnte oder was weiß ich ne also der müll bleibt dann schön zu hause das erste was ich nutzen werde ich habe hier so ein mix das ist ja wirkliches futter und irgendwo ist hier schon noch drin da ein kleines loch aber da reißen wir jetzt mal auf da packen wir jetzt mal ein bisschen was von rein das muss reichen ich brauche nicht viel habe ich ja schon so ein bisschen was wirkliches drin und ich finde es im winter immer besonders wichtig dass das futter relativ dunkel ist darum habe ich mir auch ein bisschen schwarzes futter ist besorgt das weise ich auch mal direkt auf und kaue hier direkt alles rein und ich glaube dass ich dann direkt noch eine packung weinschmeiß das ist auch irgendwie so ein freudigem gemisch aber ich sag mal im prinzip geht es mir jetzt einfach nur darum dass das futter dunkler wird und da kommen ein paar aromastoffe mit rein das ist aber richtig schwarz so jetzt habe ich hier ungefähr zweieinhalb drei kilo futter die brauche ich natürlich heute nicht alle aber das gute ist halt dass die in einem eimer so wie hier da kann ich die halt auch ewigkeiten laden wichtig ist nur dass ich hier keine flüssigkeiten mit reinbringe die zucker halt die sind zum beispiel wenn ich hier jetzt mais oder sowas mit rein machen würde dann wird das futter mega schnell gammeln aber solange das futter ungerückt bleibt kann das da keine ahnung monatelang drin bleiben aber das ist ja auch erstmal nur die grundwischung die ich dann gleich mit ans wasser nehme so jetzt sieht das ganze schon relativ dunkel aus das gefällt mir ganz gut und wenn ich am wasser bin dann portioniere ich das ganze ein bisschen wo ist das so und wenn ich am wasser bin dann portioniere ich das ganze ein bisschen dafür habe ich jetzt hier quasi diesen kleinen eimer da habe ich mir dann immer ein bisschen was rein und sieb das ganze dann vernünftig durch und hier was ich jetzt hier dann reinschmeiße das kann ich dann behandeln wie ich möchte da könnte ich dann auch ein bisschen mais mit rein machen oder was weiß ich was und das grundvorteil bleibt halt unberührt und kann ich dann so wieder einlagern wenn ich es nicht mehr brauche gut die futtermischung ist fertig viele sachen sind auch fertig aber ans wasser bis gleich ja endlich on the road again und auf geht's zum ersten friedfisch ansatz 2021 vor einer woche waren kai und ich brandungsangeln und wir haben wattbömer gegraben bei ich glaube minus 11 grad und allerdings morgens so während der dämmerung minus 11 grad ich gucke jetzt aufs thermometer wir haben uns jetzt halb eins also mittags und wir haben plus 14 grad ja könnt ihr mal sehen was für ein kranker temperaturunterschied hier innerhalb von einer woche herrscht wir haben heute auch ende februar und ich hoffe dass die gewässer eisfrei sind denn das letzte mal wo ich geguckt habe da kann ich euch hier auch mal ein kleines video einblenden wo ich an dem spot war das ist auch vor einer guten woche passiert da war komplett eis drauf also da hatten wir ein paar zentimeter eis ich hoffe das ist jetzt weg ansonsten müssen wir uns einen plan b ausdenken aber auf jeden fall an der stelle habe ich schon ein paar schöne rote augen immer so gefangen in der ende winter anfangs anfang frühlingszeit sag ich mal und das wollen wir heute auch machen dann sehen wir uns gleich am wasser so ich bin endlich am spot angekommen herrlichstes wetter also man kann das echt wunderbar aushalten in jeans hose und pulli ich habe jetzt die routen aufgebaut zwei viele ruten halt draußen und dann zeige ich euch gleich mal wo ich die abgelegt habe und wenn ich eine montage mal wieder drin habe zeige ich euch mal wie meine montage aussieht zwei stunden habe ich jetzt gehangelt hatte genau drei bisse und das ist das ergebnis des dritten bisses endlich ein fisch endlich ein rolauge das ist zwar nicht die größe die ich mir erhofft habe aber ich bin echt zufrieden dass das überhaupt jetzt geklappt hat also rute schnell wieder raus und hoffen dass noch ein zweites beißt ich habe jetzt auch gerade meine erste brasse des neun jahres gefangen aber die ist ordentlich zerfetzt worden einmal sehen könnt da unten und die andere seite die sieht sogar noch recht frisch aus also so lange kann das noch nicht her sei aber ich bin zufrieden zweiter fisch jetzt ja moin und willkommen zurück nein wir sind nicht auf der rückfahrt sondern wir sind schon wieder auf der hinfahrt ich habe gestern einfach keine abmoderation mehr gemacht ich habe gestern insgesamt fünf fische gefangen davon drei rotaugen und zwei kleinere prassen größte rotauge hatte 18 cm und ansonsten ging nicht allzu viel also ich habe vier stunden geangelt und fünf fische gefangen das war ganz okay ich war froh dass ich überhaupt fische gefangen habe aber das ganze will ich heute gerne toppen denn ich habe ja gestern schon ein bisschen angeführt hat an den stellen und dann genau die gleichen stellen möchte ich jetzt wieder angeln ich gucke gerade auf dem tacho wir haben es jetzt 11 uhr ich glaube gestern bin ich um 13 uhr angefangen also heute mal zwei stunden her und wir haben auch schon wieder flockige 11 grad und so wie es aussieht kein wind und das ist doch mal sehr gut alles klar bis gleich so da sitze ich schon wieder die erste rute ist im wasser und jetzt wollte ich euch mal kurz eben zeigen wie meine montage aussieht so das ist meine montage recht seht ihr den fitterkorb hier fängt die schlaufen montage an und in dieser schlaufen montage ist halt ist der wirbel drin und der wirbel da kann ich dann futter körbe variieren da kann ich einen futterkorb reinhängen mit keine ahnung großen futterkorb mit 50 gramm da kann ich einen kleinen futterkorb reinhängen hin und her und an dieser schlaufen montage ist auch ein sogenannter seitenarm das ist das ding hier und der hilft dabei dass der haken abstand vom wieder kommt ich habe das ganze mal hoch dann seht ihr wie das aussieht naja und an dieser seitenarm montage ist natürlich mein haken ein ganz ganz kleiner haken da ist er größer 18er rotaugenhaken da ist der seitenarm und der hält quasi den haken auf abstand und dann kann ich da schöne futterspur mit ziehen mit dem futterkorb und der haken liegt dann schön im futter und kann sich nicht vertülen auch heute ist der erste fisch ein kleines rotauge schätze mal so 15 zentimeter aber ist doch schon mal ein guter start und zumindestens hat jetzt innerhalb von einer ersten halben stunde schon mal der erste fisch gebissen das hat gestern glaube ich eineinhalb stunden gedauert ja geil so kann es weitergehen so nach einer guten stunde ohne überhaupt einen kontakt habe ich mal wieder ein biss gekriegt und auch tatsächlich ein fisch landen können diesmal wieder ein rotauge und diesmal sogar um die 20 zentimeter also ist doch schon mal was gutes das größte rotauge bis jetzt dieses jahr hoffentlich haben wir jetzt eine schöne beißphase und können noch ein paar mehr fische fangen so das war's drei stunden sind mittlerweile rum ich habe keinen weiteren fisch mehr fangen können das ist bei den zwei rotauge blieben naja könnt ihr mal sehen wie schwer das viel dann doch manchmal ist vor allen dingen zu beginn des jahres ist es nicht ganz einfach die fische fressen nicht wirklich viel und ja allzu aktiv sind die fische leider auch nicht ich denke mal dass man sie wirklich aktiv suchen muss und hier waren heute nicht so viele fische ok ich hoffe euch hat das video gefallen bis zum nächsten mal ja moin freunde der sonne da bin ich wieder alter spot ihr kennt ihn ich möchte heute das video zu ende bringen und zwar am besten mit einem etwas größeren fisch dann haben wir so diese ganze evolution vom kanal mit eis bedeckt bis hin zu ein bisschen wärmer bis hin zu heute dann haben wir glaube ich einen guten monat abgedeckt da kann man mal sehen wie sich so das beißverhalten der fische vielleicht entwickelt ich hoffe ich kann euch das auch heute zeigen indem ein paar mehr fische kommen vielleicht ein paar größere naja wir sind gespannt wir haben es heute übrigens gar nicht so warm also zehn grad haben wir gerade ich bin wieder um die mittagszeit hier ich habe zwei stunden zeit dann hier muss ich nach hause noch ein bisschen was erledigen bevor es in die nachtschicht geht und ja ich hoffe natürlich dass ein schöner fisch kommt ich hoffe auf einen schönen brassen aber trauen wir natürlich ein schönes dickes über 30 rotauge habe ich hier schon gefangen habe ich glaube ich schon in der letzten folge erzählt aber lassen sich natürlich nicht so leicht überlisten naja erstmal gucken ob überhaupt ein fisch kommt nach unten Punkt 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 ishes Moin. 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 Wollt ihr Bäume sägen oder was? Ne, wollte ich wegsägen. Ja. Davon müsst ihr deine Kamera und deine Tasche gleich im Brutz von Seiten halten. Ja, kein Problem. Der kann sich doch schon mal sehen lassen. Richtig geil. Das war jetzt ja gerade mal wieder spektakulär. Dann habe ich nach einer halben Stunde einen richtig guten Biss. Und habe echt einen schönen Brasten drauf, fange den auch. Und auf einmal kommen hinter mir so Holzarbeiter an, die jetzt hier mit dem Trecker durchwollten. Das war alles dann auf einmal sehr, sehr hektisch und laut. Na ja, den Trecker da hinten seht ihr noch. Waren auf jeden Fall sehr nette Leute. Hab kurz mit denen gequatscht. Und ja, wir haben den ersten schönen Brassen hier aus der Stelle gezogen. Top. Der Brassen hat gebissen auf einen Rotwurm, den ich zweigeteilt habe und aufgezogen habe. Und da vorne einzelne Made. Also das hat den Erfolg gebracht und ganz auf dem anderen Ufer. Not place. Ungefär musste mit dem Trecker. Nichts. Lecker ist gewalt 130 0018n ins So, dann ist der schöne Brassen, super gehakt hier direkt vorne in der Maulspitze. Ich will mal eben gucken, wie viel Zentimeter der wohl hat. 45 Zentimeter. Ich glaube, der ist ein bisschen kleiner als der vorher. Aber ja, ihr seht selber, die Fische werden aktiver und sie werden vor allen Dingen größer. Richtig cool. Das ist übrigens der Erfolgsköder für heute. Der hat mir jetzt zwei Brassen innerhalb von fünf Minuten gebracht. Das ist ein Rotwurm, den ich quasi geteilt habe und aufgezogen habe. Davor so eine kleine Made. Und wir haben hier einen 10er Brassenhaken. Und genau der Brassenhaken, der bringt mir auch die Brassen gerade. Also schnell wieder raus und sehen, dass wir noch einen Fisch fangen. Und dann, der wird es immer mehr so. Und hier, wenn wir noch einen Bremsenhaken haben. Und dann auch mal wieder raus. Und dann, wenn wir noch einen Bremsenhaken sehen, der wird es auch noch eine kleine Ereignisse. Und dann, wenn wir noch ein paar Mal in den Bremsenhaken verändern. Und dann, wenn wir noch ein paar confirmatoren werden. Also ich bin mir eigentlich recht sicher, dass wir vor ein paar Minuten noch Sonnenschein hatten, nur auf einmal zieht sich der ganze Himmel da hinzu. Was ist denn hier los? Naja, ich angle eh nur noch eine halbe Stunde. Hatte ich ja gesagt, dass ich gute zwei Stunden machen möchte und ja, so mit einer halben Stunde werde ich eh wohl einparken. Aber wäre natürlich geil, wenn jetzt noch mal ein schöner Fisch kommt. So Leute, ich habe mir gedacht, ich breche sogar ein bisschen eher ab. Ich hatte jetzt eigentlich noch gute Stunde zu angeln. Aber es wird schweinekalt auf einmal und da habe ich nicht mit gerechnet. Also ich bin hergefahren bei 10 Grad und Sonnenschein und allein die Sonnenstrahlen, die machen immer noch so ein bisschen Temperatur gut. Und ja, auf einmal haben wir irgendwie so ein Hochnebelfeld hier, was aufgezogen ist. Und ja, wir haben jetzt auf dem Thermometer nur noch sieben Grad und gefühlt sind das auf einmal nur noch vier Grad oder so. Also, naja, ist auch nicht so schlimm. Auf die Viertelstunde, da kannst du auch... Ich habe zwei gute Brassen gefangen. Tagesziel habe ich somit also erreicht. Ich wollte mindestens einen guten Fisch gefangen. Ich habe gleich zwei gefangen. Ich habe allerdings auch keine anderen ein bisschen mehr gehabt. Also ich gehe mal davon aus, dass es einfach nur ein Brassenschwarm gewesen, der hier durchgezogen ist. Wenn ich ab und zu mal da unten hingucke, ich habe nur meine Fiederruten noch ein bisschen im Auge. Also es war wahrscheinlich nur ein Schwarm, der da durchgezogen ist, ein bisschen größerer. Aber ja, das Glück musst du dann auch erst mal haben, dass du die Fische fängst. Gut, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert gerne den Kanal. Einfach mal hier so eine Runde klicken. Oder wenn ihr Bock habt, guckt ihr euch ein Video an, wo ich vorher mal irgendwo angeln war. Dazu klickt ihr einfach hier nach oben. Leute, bis zum nächsten Video. Haut rein!